Das ist jetzt der neue Genosse hier. Audi 80 1,8 S. Baujahr 91 aus zweiter Hand. Ein wirkliches Schmuckstück. So gepflegt worden und alles. Kann man also nicht meckern. Laufen wir drum rum. Das ist er mit Alufelgen. Alufelgen, weiße Blinker, Karosserie bis auf ein paar kleine Detteln in Topform. Fahrwerk ist top, abgestimmt. Kein Schlagen, kein Quietschen, kein Rattern. Ist er nicht schön, genau wie ich mir immer gewünscht habe. Aus zweiter Hand von einem sorgfältigen Rentner, der früher beim Militär war. Der hat das Auto immer gehegt und gepflegt. Wirklich wunderschön. Also kann man nicht meckern. Das Quell ist dann alle Gründe. Vielen Dank.